Bei mir ist jetzt der Meister-Macher, wenn man so möchte, Timo Rumpfgeil, hallo. Hallo, servus. Dem Marvin könnte eine richtig große Zukunft bevorstehen, oder? Ja, absolut. Ich glaube, die Saison, die er als Rookie dahin gelegt hat, mit den Ergebnissen, Meisterschaft gewonnen, meisten Rennen gewonnen, das ist schon sehr, sehr abgeklärt und ist, glaube ich, in der Art und Weise für einen Rookie noch nie da gewesen. Also als Neueinsteiger unterwegs gewesen, Titel geholt, auch für Sie die Teamwertung gewonnen, nicht nur alleine, aber mit den anderen natürlich. Was ist für Sie als Teamschaft eigentlich wichtiger, Einzeltitel oder Mannschaftstitel? Beides, der Fahrertitel ist für uns natürlich immer wertvoller, weil das eigentlich so das Spiegelbild der Einzelleistung ist, was man mit einem Fahrer erreicht hat. Die Teamwertung ist natürlich gut, weil die haben jetzt das zweite Jahr gewonnen. Wir haben den Luxus, dass alle unsere Fahrer Rennen gewinnen und mindestens auf dem Podium stehen und ich glaube, da tun wir uns den anderen Teams deutlicher vor und das sieht man dann natürlich Ende des Jahres in unserer Teamwertung. Kommen wir zum ATS-Fammel-3-Cup, da gibt es keine Teamwertung, aber auch da führt einer ihrer Piloten, der kann jetzt gleich im ersten Rennen Meister werden beziehungsweise er ist jetzt doch schon Meister geworden und zwar nach dem Qualifying. Wie kam es dazu? Für die Pole Position gibt es drei Punkte, er hat beide Poles geholt, sechs Punkte, sind hier angereist mit 72 Punkten Rückstand, 75 gab es, haben wir sechs von geholt, also damit sind wir durch und hat er verdient den Titel geholt. Und dann hätte er jetzt theoretisch schon mal gefeiert werden können, wurde gefeiert, sehen wir dann gleich in Lauf 1 schwedische Schlangenlinien. Nein, nein, ich glaube, die Schweden sind trinkfest, das ist Nummer 1 und natürlich konzentriert er sich auf seinen Job. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Ja, dann schauen wir mal rein, wie jetzt die letzten drei Rennen der Saison ausgegangen sind und ob es Schlangenlinien gab oder auch nicht. Keine Schlangenlinien, sondern Donuts, so feiern sie die Schweden. Jimmy Eriksson ist also der Meister der Saison 2012. Da ist die Freude beim Jungen Skandinavier natürlich groß. Denn als Formel-3-Meister tritt Eriksson in die Fußstapfen von Rennfahrern wie Nick Heidfeld, Bernd Schneider oder Michael Schumacher. Ein nicht alltägliches Gefühl, bevor überhaupt ein Rennkilometer gefahren ist. Ein bisschen komisch, aber andererseits kann ich jetzt die drei Rennen ganz ohne Druck fahren, einfach Spaß haben. Und wie es sich für einen frischgebackenen Meister gehört, startet Eriksson von der Pole ins erste von drei Rennen des Wochenendes. Sein Start, wie gewohnt sehr gut, schon vor der ersten Kurve liegt der Lotus-Pilot ganz klar in Führung. Doch hinter ihm beginnen die Zweikämpfe, denn für viele geht es noch um wichtige Punkte in der Meisterschaft. Und bereits in der ersten Runde die ersten Unfälle. Yannick Mettler verbremst sich und schiebt Alain Dey von der Strecke. Dey kann zwar weiterfahren, doch muss er sich hinten im Feld wieder einreihen. Der Abstand zu seinen Verfolger nach der ersten Runde zeigt die Klasse vom neuen Meister. Der setzt sich sofort vom Feld ab. Und dass hier noch lange nicht alles gelaufen ist, zeigt auch dieser Zweikampf zwischen Artem Makelov im schwarz-goldenen Boliden und seinem Verfolger Mitchell Gilbert. Der Australier versucht aus dem Windschatten zu überholen, der Russe kontert. Ein verlustreicher Angriff, denn Gilbert beschädigt sich bei dieser Aktion die Frontpartie. Ich habe Makelov ziemlich hart getroffen und mir dabei die Nase beschädigt. Das hat mich natürlich langsamer gemacht, aber ich hatte Glück, dass ich keinen größeren Schaden hatte. Doch dank des Push-to-Pass-Systems, das jeden Fahrer kurzzeitig zehnmal pro Rennen mit 20 extra PS versorgt, schiebt sich der Australier dann doch noch am Russen vorbei. Als er mich überholte, sah ich, dass er noch drei Push-to-Pass übrig hat. Aber ich hatte vorher schon alle verbraucht. Das war natürlich ärgerlich, aber that's racing. Vorne ist der Weg frei für Jimmy Eriksson. Weitere 25 Punkte gehen auf sein Konto. Dazu drei Extra-Zähler für die schnellste Rennrunde. Ich konnte das Rennen von Runde 1 kontrollieren. Zum Schluss war es der Sieg. Super. Ganz nach dem Geschmack seines Teams. Rennen 2, wie immer ein Sprint von 20 Minuten. Von Pol gestartet, Lukas Auer im blau-weißen Boliden. Doch der sieht sich nach drei Kurven bereits nur auf Rang 4 wieder. Und dann das. In der H-Nadel-Kurve wird's eng. Zu eng für Sato und Day. Beide scheiden aus, Auer profitiert. Ich hatte gar keinen Überblick mehr. Links waren Leute, rechts waren Leute. Ich versuchte spät zu bremsen. Und am Ende, keine Ahnung, bin ich eh gut rausgekommen. Irgendwo ist es weiter. Irgendwas habe ich schon richtig gemacht. Die spektakulärste Szene liefern jedoch andere. Denn nicht nur im Formel-Master, sondern auch in der Formel 3 fahren sich die Piloten vor der Mercedes-Tribüne ins Heck. Hier trifft es Yannick Mettler und Mitchell Gilbert. Er hat die Richtung gewechselt, das habe ich noch gesehen. Dann hat er mich einfach voll von hinten erwischt. Keine Ahnung, was er dazu sagt. Aber es war zu 110 Prozent seine Schuld. Das aus also für Yannick Mettler, der seine Schuld zwar eingesteht, wenn auch nur teilweise. Schlussendlich war es mein Fehler. Ich bin ihm draufgeknallt. Aber er hätte auch früher mal nachgeben können. Das ist immer eine Ansichtssache, denke ich mal. Keine Ansichtssache. Der Sieg und die zehn Punkte des Russen Makelov. Platz eins vor Auer und Meister Eriksson. Makelov zeigt sich nach Saisonsieg Nummer zwei von seiner ganz speziellen, fast schon spirituellen Seite. Schon nach der dritten Kurve lag ich vorne und da leuchtete in mir ein Licht auf. Und von da an spürte ich eine Art Rückenwind, der mich über die gesamte Strecke bis ins Ziel trug. Dann der letzte Lauf der Saison. Eriksson von der Pole, hinter ihm Kimi Yasato und Lukas Auer. Und diese dritte Position reicht dem Österreicher Auer, um die Rookie-Wertung für sich zu entscheiden. Kein Grund also, waghalsige Überholmanöver zu starten. Ich wollte nicht vorbei, also ich glaube, den Speed hatten wir, aber für mich war das einfach nach Hause fahren. Mit dem zweiten Sieg des Wochenendes setzt der Schwede Eriksson sich selbst und dem Team Lotus die Krone auf. Neben den Rennen der Formel Masters hat die Mannschaft um Teamschiff Timo Rumpfkeil fast alles gewonnen, was es an diesem Wochenende im Formelsport zu gewinnen gibt. Alle Rennen gewonnen, sechs Stück an der Zahl, alle Pull-Positions, also das ist, glaube ich, Firmenhistorie, auch sehr einmalig. Ob Jimmy Eriksson auch in der kommenden Saison für Lotus an den Start geht, bleibt abzuwarten. Nur die Richtung, in die es gehen soll, klar nach oben. Hoffentlich geht es für mich weiter in Richtung World Series oder GP3. Wir werden es sehen, noch ist nichts entschieden. Wo auch immer der Schwede in Zukunft fährt. Sieben Siege, sechs Pole Positions, neun schnellste Rennrunden sprechen für sich. Jimmy Eriksson, ein würdiger Champion 2012.